ja hallo meine helle freunde und agrarwissenschaftler heute ist ein bisschen später geworden mit video weil ich hätte heute noch ein bisschen was zu tun und komme gerade frisch auf den gym aber nichtsdestotrotz legen wir natürlich los erstmal hier die belohnung abkaspern meine erste amtshandlung ja wie ihr seht ich war heute noch nicht so im spiel gewesen hier sammeln wir ein komm her wir wollen gleich mal die brauchen wir ja nicht mehr hier wir bestellen uns mal ein paket so heute gucken wir gleich kurz rein doppelte münzen bei den stadtbesuchern da kann man machen jetzt ist sie weg die statue ist egal aber wie gesagt wir gucken auch gleich mal kurz rein was diese woche gibt diese woche ist relativ besonders morgen auf jeden fall bingo derby mal gucken wir wollen auf jeden fall bingo machen und ja die besonderen ereignisse sind ja geburtstagswochen heute wie gesagt doppelte münzen dienstag lieferwaren bestellung auch doppelte münzen mittwochs schiff ereignis schiffs ereignis so doppelte ep das ist geil donnerstag stadtbesucher ereignis zusätzlich verbesserungsmaterial für scheune und silo ok in den zwei oder drei also nicht die geholten sondern die mit dem zug kommen die zwei oder drei gebäude bedient werden ok weiter glücksrad landerweiterungserlaubnis ja endlich endlich gibt es mal eine landerweiterungserlaubnis weil da warte ich ja schon ewig drauf samstag bis dienstag schiffs ereignis ganz wichtig gibt es eine geile deko gibt es eine geile deko was es noch schon gibt oder was es gibt kann ich nicht sagen weiß ich noch nicht aber soweit ich nie weiß werdet ihr das natürlich als erstes gewahr so steht auch noch nichts nee ist auch nichts irgendwie drinnen gut damit kann ich natürlich die tafel einlenden ja und wir gucken was machen wir als nächstes wir gucken erst mal ins derby wir gucken ins derby rein wir haben siebten platz gemacht ja nur neun aufgaben nicht nur wir machen ja nur neun sehen das war ja alles alles paletto fix so was nehmen wir das hatten wir gesagt das hatten wir gesagt hier hatten wir das gesagt auf jeden fall eine landerweiterung laupause ja leider gibt es keinen brunnen oder baum zum ausbauen aber na gut wir haben sie jetzt erst mal was machen wir hier klevis dias hier nehmen wir die und was machen wir hier schindeln schindeln gut so belohnung abholen und zack und fertig und wir gucken wie immer was hat sich geändert was haben wir verbessert bild rangliste hat haben wir noch nicht jetzt wo wir sind abgestiegen aber immer noch unter 50.000 ok ok gut ja das war derby soweit so wir gucken mal kurz rein ins paket was haben wir hier bretter hier bretter tolle wurst na tolle wurst so natürlich die scheune wieder voll ne das schicken wir weg das ist mir zu blöde klein los so wie gesagt morgen bingo derby ich bereite diesmal auch nichts großes vor vielleicht so ein paar kleinigkeiten aber sowieso alles schon voll und ja hier ist alles im hungern ja wie gesagt ich war noch nicht drin und was können wir hier schon was ausbauen woher können wir schon kleines stück aber ich will dieses stück ausbauen wobei es eigentlich latte ist aber ne dieses stück möchte ich ausbauen also ich warte nochmal letztes mal bin ich aus versehen hier drauf gekommen gekommen hier sind auch 13 ne dieses stück hier möchte ich unbedingt ausbauen fragt mich jetzt nicht warum aber ich will es weg haben weil das ist hier irgendwie so eine ja so eine nische gefällt mir nicht nochmals schnell tiere füttern da gibt es wesentlich mehr als für diese gutschein dingern ich hoffe ihr habt die deko geholt die fahne die es gab und habe mein video darüber geguckt die milch war auch rar gewesen hier kein platz kein platz kein platz immer dasselbe so wir stellen sie auf jeden fall hier irgendwo rein diese deko können wir sie hinpacken jetzt wird zu lange am emmen hier in der bude da soll sie sein ok passt passt ja was sollte ich ach so genau badepuschel hat mir gesteckt habe ich allerdings gerade auch in der gruppe gelesen beim greck es gibt neue deko ich weiß nicht ob sie jetzt für dias gibt und zwar haben wir hier eine bank die soll neu sein ich weiß es nicht hier ist irgend so ein stein neben der bank habe ich meine ich auch noch nicht gesehen hier mit luftballons das ist neu dann hier so ein zelt soll auch neu sein sieht gut aus sieht gut aus und irgendwo war noch was gewesen blumen hier diese blumen hier unten ihr seht soll auch neu sein was es noch neueres gibt weiß ich nicht wie gesagt habe ich gesteckt gekriegt hier vom badepuschel und hatte ich auch diese blumen und das zelt hatte ich gerade bei facebook gesehen gehabt also lasst uns überraschen ich denke mal das wird es wahrscheinlich irgendwo in so ein dia paket wieder geben hier ist auch scheune voll ja muss ich sie nachher holen wenn ich dann alles leer gemacht habe sollte ja auch nur ein kurzes video sein das obligatorische montags video was die woche passiert auf jeden fall freue ich mich über die neue deko die geburtstags deko von samstag bis dienstag morgen also macht schiffe ohne ende und helft den nachbarn und freunden finde ich jedenfalls cool für eine neue deko so das soll es gewesen sein kurz schnell und schmerzlos und wie immer habt eine gute woche viel glück da draußen euer onkel jens ja 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 Vielen Dank.